Freunde, die Welt scheint nie das zu sein, wonach sie ausscheint. Denn passt auf. Ihr merkt schon, diese Welt ist bei mir immer ein bisschen anders vorhanden. Das ist zu much, ich weiß schon. Was machst du da für eine Scheiße? Er hat Kräfte und kann mich teleportieren. Freunde, aber ihr seht schon, heute bin ich nicht Kidnaffi, sondern ich bin heute Bob Maeve. Und wir starten rein in dieses Start mit Teleportation. Er fragt euch, wie kann man mich teleportieren? So, das war's. Mit dabei haben wir auf einmal André. Auf einmal, du hast meinen Kopf kaputt gemacht, Digga. Ja, der hat Birkan. Das ist ein Labracken. Das ist mein Hote, Mann. Zeig, guckst du. Hi. Okay, wie reicht es mit der Maske, mit dem Hut, was auch immer das ist. Drei, zwei, eins. Einfach genial. Ich würde mal sagen, Freunde, da wir viele Leute sind, machen wir das so, dass wir immer zu zweit zusammen gehen. Jungs, Romaldo. Oh, 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 oh. Okay, Freunde, dann fangen wir an mit meinem Versuch und ihr werdet jetzt schon sehen. Wir fressen den Fisch beim Fahren und jetzt, Buzz. Ach scheiße, das war unnormal Kacke. Oh, 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 oh. Oh, okay, man kann sich komplett in Gold pushen. Die machen das so. Man darf dreimal chargen, ja. Oh, fuck, Digga, ich habe automatisch Waffen aufsammeln noch an, wegen dem anderen Video. Die Waffen zählen nicht mehr. Alle Waffen dabei, Digga. Jeder darf sich eins aussuchen. Hallo, hallo, hallo. Okay, jeder hat sich eins ausgesucht. Let's go, Freunde. Ja, cool, ich dich. Mein erster richtiger Versuch, Digga. Let's get it. Eins, zwei und drei. Ah, was? Geht ihr erst mal grau holen? Hä? Voll schwierig, Digga. Okay, erste Waffe ist grau, Freunde. Ich will als nächstes. Ich lege die Goldnummer zurück. Okay, der Nächste ist dran. Let's go. Okay, let's go. Bereit, ich bin bereit. Da ist noch Gold. Osman und André kommen beide gleichzeitig, Freunde. Ihr werdet es nicht gleich sehen. Oh, mein Gott. Eins, zwei, drei. Oh, Nina. Das war eine fette Ska. Wo ist André? Warte. André kommt. Zwei, drei, drei, drei. Ah, hallo. Ich hatte kein Eis mehr, Mann. Das war weg einfach. Ja, komm. Du kannst die AK haben. Die darfst du. Milkan, jetzt bist du dran. Okay. I'm away. I'm away. I'm away. Oh, Mann. Ich bin einfach gar nicht. Ja, okay. Hä? Ich habe nichts gesehen. Ich durfte dreimal springen, aber ich bin aber gar nicht mal gesprungen. Und jetzt bin ich in Gold. Wie bist du aber hier hingekommen? Ich sprung. Eine Polzgranate. Nein, nur mal. Hilf mich. Oh, woher kommt die denn? Woher kommt die denn? Okay, Freunde. Anscheinend hat Milkan irgendwie Gold gekriegt. Ich habe nichts gesehen. Ihr habt auch nichts gesehen. Von daher. Ja, ja, ja. Wir gehen weiter, Freunde. Und jetzt kommt mein zweiter Versuch. Den lassen wir alle nacheinander geben. Okay, okay, okay. Okay, Freunde. Ich bin der Erste. Von daher, let's give him. Ich fahre, fahre, fahre. Und dreimal kann ich. Ich komme hinterher. Ich komme hinterher, Armin. Ich habe einfach einmal gedrückt, Digga. Dreck, Gold. Okay, Odoman ist. Und. Gold. Ja, auch Gold. Hier ist kein Gold mehr. Ja, ähm. Und. Grau, Digga. Mann, man geht mir das nicht, Mann. Blau war das noch. Wo ist André? Hier unten. Im Wasser, Digga. Es geht nicht. Freunde, wir machen das so. Ab jetzt muss man die dreimal benutzen. Weil gerade eben habe ich nur einmal benutzen und bin Gold gekommen. Hätte ich die aber dreimal benutzen müssen, dann wäre ich so ein bisschen so hin und her gesprungen. Das wäre ein bisschen geiler. Deswegen ab nächstem Mal, man muss dreimal jumpen. Und welchen Regeln steht das? Die, die ich gerade aufgeschrieben habe. Okay. Hallo, hast du dir eine Waffe ausgesucht, Armin? Ja, ich habe noch die letzte goldene Waffe bekommen. Achso, ja, dann nehme ich hier lila Kampfschrot für den. Ja, nimm dir einfach eine Sucht, Anna. Ja, da sehe ich mich strömt. Da wir jetzt keine goldenen Waffen mehr haben, darf sich einfach derjenige, der Gold holt, irgendeine Waffe aussuchen. Auf dem ganzen Feld. Scheiß drauf. Okay, aber let's give him. Ich muss essen, ich muss essen. Ich habe nicht gegessen. Ja, null. Nice. Ähm, nee, ich habe es noch nicht gemacht, so. Jetzt, Fisch rein. Ähm, wir sind der anonyme Fischclub. Ja, alles gut, Digga. Digga, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist boosten, während ihr noch am Laufen seid. Okay, eins, zwei, drei. Oh, Milkan kommt. Schwierig. Okay, Milkan kommt. Milkan. Nein, bitte. Bitte. Oh, das war hier, Digga. Odumar kommt. Einfach Mörderfisch, so. Odumar kommt. Odumar kommt. Odumar ist da, Freunde. Warte, zwei und drei. Und Banz. Blau, Digga. Blau. Das war, nee, null Punkt für Scham. Egal, nimm mit, Bruder. Nimm mit. Adumar, ich habe schon das Umfeld. Ich darf mir einen ausrufen. Ey, da kommt, Digga, Deutscher. Da kommt noch einer. Ein Deutscher. Ein Deutscher. Er hat aber die hässlichste Waffe im Spiel bekommen. Nein. Okay. Aber ganz kurz, ganz kurz. André, ich will dich nicht mobben oder so. Zeig mal deine Waffen, bitte. Acker. Diese Welt, Digga, das kenne ich ja. Ja, Digga. Ja, es geht, Digga. Ich habe nur... Na ja, meine sind okay. Dann kommen wir jetzt zum letzten Versuch, Freunde. Skinny. Und ihr geht ja zu zweit vor und dann gehe ich auch zu zweit hinterher. Okay, André, komm. Okay, geht vor. Okay. Let's go. Keine Ahnung. Alle hintereinander. Alle einfach, egal wie, Digga. Gib ihm. Eins. Oh. Zwei. Drei. Drei. Eins. Drei. Zwei. Oh mein Gott, ich bin noch fliegen. Drei. Drei. Eieieieieiei. Digga, das war komplett scheiße, mein Lundsprung. Freunde, ich habe erstens nicht gecheckt, wo alle anderen gelandet sind. Und zweitens weiß ich auch nicht, wo ich gelandet bin, weil ich irgendwie hin und her bin. Ey, wo ist Oteman? Wo ist Oteman? Warum weint der? Man hört ihn nur. Da, ich sehe deine Steps. Ich sehe deine Steps. Nicht auf ihn. Nicht auf ihn. Pass, 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 pass. Okay, Jungs, Fight beginnt. Fight beginnt. Digga, was geht dir ab, Alter? Okay, Freunde, weil bei mir gerade ein bisschen komisch war und ich irgendwo noch drei Sprünge machen musste, ich mache das einfach nochmal, weil ich nicht genau weiß, wo ich gelandet bin. Eins. Ja, ich auch, weil ich nicht genau weiß, wo ich gelandet bin. Drei. Und batzt, nimm die mir einfach mit, Digga. Ja, ich habe zwei. Das ist nicht nur eine gute Waffe geworden. Eins. Zwei. Drei. Woher kommt der? Drei. Ja, ich habe... Ja, nimm mit, Bruder, nimm mit. Hier, Raketenwerfer, Digga. Nimm Raketenwerfer, Digga. Rein in die Welt, Freunde. Rein da, Digga. Das chaotischste Dartfolge, die es bis jetzt gab, Digga. Aber egal. Seid ihr bereit? Drei, zwei, drei. Es geht los. Das ist eigentlich meine Aufnahme. Okay, wir sind gut, Freunde. Wir sind gut dabei. Los geht's. Ja, okay. Okay. Hallo, Oteman. Hallo, Oteman. Er hat Raketenwerfer. Hallo, Oteman. Er hat Raketenwerfer. Ich habe wirklich keinen Jungs. Wahler. Doch, ich habe mir das gemerkt. Digga, dieser Teleport, Bruder. Ich bin verwirrt. Komm, Digga, auch mal wieder in der Oto mit dem Teleport? Nochmal. Hey, wo ist er hin? Oh. Oh, Digga. What the fuck passiert gerade? Alle haben ein Leben weniger außer Oteman, weil Oteman ist der Beste. Ja, Oteman ist aber lowlife. Oteman ist fatlife. Oteman ist camplife. Oh. Oh. Ja, Digga, ich... Ja. Wo seid ihr hin? Oder einfach Star Wars, Digga. Ich schwöre. Ich bin nicht auf Oteman. Nein, ich baue mich gerade hoch. Jemand chillt auf Boden, äh, auf Baum. Jungs, ist das hier die Map oder was ist das hier? Nein, nein. Oh mein Gott. Geht's mit dem Cheese-Dick an, während ich auf Oteman bin, die Hunde. Irgendwer verfolgen mich. Nein. Hä? Batz, 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 batz. Oh mein Gott, oh mein Gott. Batz, 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 batz. Ah, der Fisch heilt. Was? Wie viel Leben hat man? Ich bin schon früher gestorben. Komm her, Jimmy. Drei. Oh, oh. Uau, diese Fische. Nein. Bruder, was? Jungs. Fünfmal gestorben. Warum bist du so oft gestorben? Weil ich einen fettes Grad hatte, dann schießt man nur. Oh man auch, äh, viertes Mal. Nein, zweites Mal dauert. Ich hab noch ein Leben. Komm, drei, Junge. Ja. Hallo, hallo, hallo. Ja? Ey, 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 chill mal, okay? Chill mal. Ja, die fliegt schon vorbei. Oh, hallo? Hallo? Oh mein Gott, nein. Digga, euer Ernst, Digga? Ich bin raus, Jungs. Nein, warte, warte, warte. Oh mein Gott. Ja! Digga, ich bin down. Bruder, wie krass war mein Drucken gerade, Alter. Warte, hat jetzt Kidmate wirklich gewonnen? Achso, das war's schon? Digga, was geht denn jetzt? Aber warum falten wir noch? Warum falten wir noch? Warte kurz, ähm, Kidmate? Was? Guck mal die Map an. Hey, Freunde, ich würde sagen, das war's so mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da für die neue Folge da. Bis morgen um 16 Uhr. Hey, listen! Mein Herz gehört einfach Lassimo. Probiert's gerne, es gibt 30% mit Q30 und vertraut mir, ich mach keine Werbung für Scheiße.